Wieso bin ich denn jetzt da? Das war quasi der Next Try. Bitte was, Manu? Bitte was? Was möchtest du mir sagen? Ich weiß jetzt was. Ich habe nur eine Taktik. Sie sollen sich einfach alle selbst umbringen. So, wenn die jetzt beschäftigt sind mit dem ersten Vergifteten, gehe ich einmal noch mal einkaufen. Okay, Anna ist schon tot. Hallo. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, man sieht richtig, ich werfe einfach eine Rauchbombe gerade. Isa, hast du noch diese Bolzen, um Gegner aufeinander zu hetzen? Ja. Wie man sieht, habe ich die noch. Den gleichen Alpha hatte ich gerade auch. Du meinst, die Berserker kriegen. Und das Spiel reagiert unglaublich langsam. Leider habe ich nur zwei Klingeln. Aber hey, wir können ja die ganze Zeit hier welche nach. Ach man, Kinders, warum drücke ich immer F? Aus welchem Spiel ist das, dass man mit F interagieren muss? Kann doch nicht sein. In dem Moment. Ha. Ja. Aber ich bin mordet lieber. Berserger. Berserger. Ja. Ich bin ein Berserger. Schreibt man zwar anders, aber ich bin ein Berserger. Gab's denn, die bemerken das gerade nicht? Bonjour, ça va? Ähm. Oh, Level 4, Arnold. Das ist, er ist doch meistens die Krähen-Taste. Meistens eh. Aber ich weiß nicht, aus welchem Spiel das gerade kommt. Es gibt ein Spiel, wo du noch F drücken musst. War das vielleicht sogar, ähm, Deus Ex? Ich bin mir nicht ziemlich sicher. Okay, und was jetzt? So, wenn die sich jetzt hier... Berserger feile. Beste feile. Ob ich jetzt die ganze Zeit noch XP bekomme dafür? Auch wenn ich mich jetzt quasi... Oh, das ist voll... Das ist die dumme Idee, hier reinzulaufen, weil hier mega viele von den Reds sind. Oh, Apfelbäume. Wie schön. Aber ich hab Bock auf Pommes jetzt. Oh, so richtig... Oh. Richtig geile, leckere Pommes. Das wär's jetzt. Sprechen. Ich hab jetzt mit dem gesprochen. Ah. Nice, Ziel. Kolonel... Wo ist der dumm? Er hat mir einfach den Namen von dem Ziel... Alles klar. Richtig intelligent. Ich zieh mir grad die Schuhe an. Also bitte nicht verwundern, weil meine Füße kalt sind. Mama habe aufgegessen. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Habt ihr das gesehen? Sie ist schlimmer als Cerberus. Sie hat einen Bolzen einem NPC zwischen die Beine geschossen. Der Arme will sich davon näher holen. Naja, er ist doch eh tot. Also was soll's. Bitte. Was machst du denn da? Danke. Bin zwar nicht die Mama, aber hat du fein gemacht. Hat du fein... Danke, ich war einmal abenteuer wie ihr. Dann bekam ich einen Fall ins Auge von dieser bösen Tante. Von mir? Ich glaube nicht. Du meinst wohl nicht mich. Oh, hab ich noch ein Beserkopfwelle aus. Kein Wunder, das ist ja nicht... Wer ist denn da noch vergiftet? ... Okay, er läuft einfach im Kreis und dann... Ich liebe die Berserker-Pfeile. Die sind schon nice. So. Oh, Manu. Level 10. Egal, ob Toto oder nicht ein Mann sein Heiligstück zu beschädigen ist, nicht nett. Jaja, du Skyrim-Typ. Wenn ich Isa in dem Spiel begegne, wäre ich so 90% tot. Das stimmt, aber nur wenn sie kocht und ihr alles drauf aufisst. Hallo? Manu? Sag, ich kann noch gut kochen. Sag, ich kann gut kochen. Du lebst noch und da ist immer noch jemand vergiftet anscheinend. Gebiet verlassen. That, my friends, this was kind of easy to handle. Der Seiker klingeln! Dann haben wir noch eine Mission im Gesellschaftshaus. Die machen wir jetzt auch noch. Kommt immer auf die Ausstrahlung an, Arnold. Wenn du rot oder gelb markiert bist, hast du verloren. Das stimmt. Ahoi! Gent, du hast deine Farbe geändert. Das war irritierend, aber ich habe dich wiedererkannt. Hallo Gent, wie geht es dir? Das war ein Geburtstag. Ich weiß zwar nicht mehr genau wann, aber ich weiß, dass du im Januar Geburtstag hast. Und Glückwunsch, Arnold. Gewaltiger, bläh, realistische Schumons greifen benachbarte Weinberge an, um alle einzuschüchtern, die sich nicht ihrer Bewegung anschließen. Geht zu den Anbaugebieten im Süden, beschützt die Weingärten und besiegt die greifenden, angreifenden Schumons. Warum ist der Marker jetzt blöd? Anstelle von grün. Oh, jetzt habe ich das Level Up verpasst. Oh nein! Arnold, wie kannst du nur? Dann müssen wir dich deckt wieder die leveln, damit du diesen Level Up eben nicht verpasst. So. Dauern noch zwei Stunden. Der Marsch der Frauen. Das ist eine Koop-Mission, die könnte mir gefallen. Aus dem Weg, meine Freunde. Aus dem Weg. Ähm, bin noch in einem anderen Stream-Mod. Wie bitte? Wie, Delvin? Das kann man mit Ani doch nicht machen. Wenn du das verpasst, kann man das machen. Zurück zur Altenordnung. Verdammte Erkobiner. Habt ihr mal gesehen, wie viel Rot auf der Karte ist? Bonjour, Monsieur. Bienvenue. Oh, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Das gibt es doch nicht. Wie kann man denn jedes Mal den NPC mit einer Rauchbombe begrüßen? Scheiße. Du weißt, aber weißt du genannt genau, wann ich Geburtstag habe? Ich habe das noch in meinem Kalender drin stehen. Das ist witzig. Ähm, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich faile nur extremst gerade in diesem Spiel. Aber ansonsten. Verdammte Erkobiner. Verdammt. Ich sehe so nichts, Arno. Okay. Wir sorgen jetzt dafür. Wir drücken jetzt E. Wir drücken jetzt E. Holen noch ein paar Verserker-Klingen. Sei brav, Isa, sonst schicke ich dir meinen Tiger. Ja, und? Ich habe die tödlichsten Vögel bei mir. Was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du tun? Okay. Also ein von 13 Tülen sind schon mal tot. Jetzt gehen wir mal auf dieses Haus. Ich glaube, hier habe ich einen besseren Überblick, um die Leute abzuschießen. Er ist Arno. Da fehlt noch ein Arnold. Oh Gott. Alles klar. Grinst der Besuch. Ever. Warum? Und wir kommen. Da haben wir jetzt... Okay. Okay. Warte, wer hat mich... Wer folgt mir? Hallo? Gehst du mal... Ich habe... Ich mache hier alles, um mich von euch fernzuhalten. Und du kommst einfach so... Junge... Willkommen zurück auf jeden Fall, Justin. Ähm... Ich treffe Max und Dominik und AC und... in der Bombsbude. In der Bombsbude. Achso, war das zensiert? Alles klar. Nun ja, er frisst im... Umgängsten Falle die Vögel. Danke. Wie weit die Kleines. Vor allem diese... Bergdörfer. Aber wirklich, ihr seid doch ein Dorf. Es kann doch nicht sein, dass du ständig immer irgendwelche Leute... Kennenlernens da... Also, was heißt Kennenlernens triffst. Und noch eine verfluchte Leiche in meinem Revier. Was war das? Konntest deine Neugier nicht zurückhalten? So, darf ich jetzt wieder? So. Hm. Der scheint das irgendwie überlegt zu haben. Aber es sind nur noch drei Leute, die ich... töten muss. Zwei Leute. Wenn ich Glück abbringe, die sich gerade selbst um. Das ist schön. 2.000... 200.000 Einwohner am Dorf. Gefunden viel leckere... Regelchen. Om nam nam. Das ist dann halt eben eine soziale Ader. Ich bin nur der einzige Stadtbewohner... Alles Dörfler hier. Hallo? Essen ist auch keine kleine Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Ich möchte mich da eigentlich echt nicht gerne einmischen. Ach, wir müssen den gar nicht umbringen. Der... Der hier ist unser Ziel. Juhu! ins Weinfass. Jetzt haben wir jetzt nicht, der bleibt da stehen. Jetzt haben wir jetzt nicht, der bewegt sich die ganze Zeit. Er ist nicht tot. Seriously? Why he is not dead. Er ist mir! Er ist nicht tot. Er ist 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 tot. nicht. Vielen Dank. So, darf ich jetzt? Vielen Dank. Ja, ich wünsche dir dann erstmal einen guten Appetit bei deiner C-Wurst. Love Essen. 67 Prozent. Ja, armer Mann. Okay, jetzt haben wir das fällig. Das heißt, wir können uns jetzt mal endlich auf diesen Stadtteil eigentlich... Da. Das habe ich gesucht. Auf diesen Stadtteil, äh, 67 Prozent. Da ist ein bisschen, ihr müsst ein bisschen in dem Mobot ein bisschen warten lassen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen ist. Essen oder essen? Essen. So. Wisst ihr, was gemein ist? Das ist ein Sperrgebiet. So mean, my friend. So mean. Nein. Nein. Ich glaube nicht an Gott. Ich leiche. Es ist schön, wenn du mich sehen kannst, aber kannst du mir auch folgen? There is one person between... Anna, du darfst nicht mehr essen. Wuh. Das war knapp, Freunde. Anna, du darfst nichts mehr essen. Ich muss in die scheiß Gebäude rein. Ich freu mir. Die vierte ist 90 Sekunden. Ab heute gibt es nichts mehr. Essen, RIP. Essen, RIP. So sieht es aus. Ach, lasst doch mal, äh. Orgel schnacken und Gullis. Entspannt euch doch mal. Immer diese Weiber in diesem Spiel. Die sind immer so hektisch und aufgekratzt und fürchterlich. Ich weiß nicht, wo die Krokade sein soll. Ich suche sie gerade. Hallo? Ach, da! Wie geil haben sie die hier versteckt. Ich habe jetzt folgendes Problem. Geh zum Hacker, komm ich hier rein. Oh, ich habe wirklich ein Problem. Also nicht nur das Problem mit den Wachen gerade. Das klingt wie J.B. Jones. Wie komme ich denn bitte an diese Krokade, Mann? Das funktioniert mit meiner Steuerung nicht. Immer wenn man Franzosen sprechen hört. Immer wenn man Franzosen sprechen hört, denkt man, dass sie das was Versautes sagen. Ne, ist klar. Oh, Leute, ihr dürft alle nicht essen. Ihr dürft alle nicht essen. Ihr dürft mir nur sagen, wie ich an diese scheiß Krokade bitte kommen soll. Das macht mich gerade traurig. Du sollst ja nicht. Der soll doch nur da rum gehen. Oh, wie habe ich das gemacht? Oh, ich habe es rausgefunden. Oh, komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Doch. Ah. Ich habe es gemacht. Ich weiß nicht, wie, aber ich habe es gemacht. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Alles klar. Oh, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Oh Mann. Ich bin mit einer S schon gekommen. Lesen wolle ich mit Kappa? Nein. Nein. Nicht mit Kappa. Nee. Nee, lass mal gut sein. So, kann man jetzt jemanden verraten, wo ich in dieses Gebäude hineinkommen kann? Weg von hier. Verschwindet. Beziehungsweise wo überhaupt dieses Ding ist. Aber das ist jetzt überhaupt nicht gesehen. Ach, das hängt da. Okay. Willkommen nicht in das Gebäude rein. Hallo Sunshine. Nehmen und verschwinden. Dankeschön. Und rennen. Raus. Raus. Tschüss. Ich fürchte, wenn jetzt ein Schuss noch trifft, sterbe ich wirklich. So mean, these guys. So mean. I did nothing wrong. Ja, wir sollten vielleicht nicht der nächsten Korkade... Oh, Katze. ...der nächsten Korkade hinterherlaufen, wenn... ...die alle auf mich geschossen haben. Aber... Ich dachte, ich wäre jetzt an der Korkade vorbei gesprungen. Das hat er mich traurig gemacht. Oh nein, hier ist wieder ein Rätsel. So. So. Ah, mein Sinn. Was ist denn? Wie, was ist denn? Ach so, was ist denn? Kopf. Ah, gute Laune ist. Da sieht's aus. 76 Sunshine. Ähm. Schatzruhe. Oh, warst du essen? Nein. Das ist ein leeres Tablet. Rip. Ich sollte mich eventuell hochheilen. Am nächsten Mal. So, Truhe. Und wenn wir die Truhe haben, dann habe ich noch eine... Ne, dann haben wir noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Eine Mission, eine Korkade und ein Rätsel. Vielleicht sollten wir das Rätsel als erstes... Oh, halt, stopp. Wir müssen die Truhe noch rufen. So. Jetzt porten wir uns. Dann holen wir nämlich das Rätsel, weil das Rätsel ist eh das schwerste in diesem Ding. Und deswegen kommen wir dann wieder das Rätsel ab. Ne? Okay, mit viel Fantasie. Ich hebe immer den linken Arm, weil... Weil rechts... Arnold, du bist ein Schwein. Feierabend. Feierabend. Hoch die Hände. Oh, oh. Ich muss jemandem noch helfen. Was gibt dir das Recht dazu? Wenn das deine Acker ist. So. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt holen wir das Rätsel. 38 von 45. Das ist voll viel. Was hat er denn auf... Achso, ich dachte schon, was hat er denn da für eine Scheiße auf dem Kopf? Wobei das auch, wenn es komplett da ist, die Textur, sieht scheiße aus. Genau. Ähm, ein Schwein. Ja, du bist ein Schwein. Gut. Oink, oink. Seht ihr? Zahnstein bestätigt es nur. Hoch die Hände. Es ist nicht... Noch nicht Wochenende. Das stimmt. Aber nur noch zweimal arbeiten. Dann habe ich schon wieder Wochenende. Und bin dann nicht zu Hause. Okay. Halt, stopp. Was ist denn das Rätsel? Wieso habe ich einen Kannibalen abbekommen? Ist gerade der Arnold. Das macht nichts. Dann kann er die Leute aufessen, die ich nicht mag. Oh, mir wird da sofort jemand einfallen. Auf dem Palast, in dem die Bourbon-Tochter lebte, trifft sich die Versammlung auf einer Brücke, die nach Süden blickt. Eine Brücke, die nach Süden blickt. Das sollten wir doch easy peasy hinkriegen, oder? Wir dürfen... Ist das der Bourbon-Palast? Dann wird das wahrscheinlich die Brücke sein. Wobei, da war mal schon ein anderes Rätsel. Oder ist das diese? Hä, wir sollen jetzt davon... Naja, wir machen einfach mal hier eine Marke. Ihr dürft... Ihr seid herzlich eingeladen, wieder zu rätseln, beziehungsweise mir die Lösung zu googeln. Wenn ich es nicht schaffe. Oh mein Gott, sah der Typ nicht gerade anders aus? Wie geil! Vor allem, das Bild sieht überhaupt nicht nach ihm aus. Stell dir mal vor, ihr müsst den ganzen Tag da so sitzen. Das wäre mir jetzt schon zu ihm zu schwer. Schuhen dabei! Ich habe die Pointe für... Ach, Olaf haben es einfach... Oh, Gant, du bist... Jetzt kommt der Heiligenschein wieder raus. Gant, das ist so gemein, das ist so, ne? Aha, also ist Arnold auf der Abschlussliste. Bis Montag, Hände hoch. Lösung, Lösung. Lösung, Kappa, unmöglich. Stark, der ist unkaputtbar. Was? Justin, Arnold, du kennst Justin nicht. Nope. Aber ich meinte... Arnold, tatsächlich meinte ich nicht dich, als ich meinte... Oh, mir würde spontan jemand einfallen. Das ist ja nicht die Brücke. Hm. Das war dann... Ach, wieso rennt er denn in die Richtung? Wo ist der hin? Na, na, gleich weiß ich. Justin, Potential darfst du auch essen. Kappa! Nur von seinem Ström. Ström? Ähm, du hast Schwein gesagt und ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Darüber denkst du immer noch nach? Das war vor 10 Minuten oder für 5 Minuten. Das ist doch schon nicht mehr aktuell. Hey! Ich hoffe, niemand von uns hier... Was? Was macht dieser Hund da? Boah, das sah voll eigenartig gerade aus. Da ist eine Korkade. Die nehmen wir mit. Und alle Wachen gucken zu mir. Das ist nicht nett. Ja, Justin, aber sehr vorsichtig. Ich bin süß. Süßer Stahl. Alles klar. Wow, what a jump. I just missed this thing. Alright. Okay. Jetzt kommen wir wieder hier runter. Like a ninja. Woo! Und dann war hier auch noch eine Korkade. Wo ist die? Okay, die ist da. Ab dafür. Was wollt ihr? Oh nein, so schnell bin ich nicht da oben beim Verbrecher. Also ich konzentriere mich gerade voll auf das Rätsel. Und ihr auch. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. So, die Wachen haben nichts mitbekommen. Wir rennen. Ähm. Oh. Vincent, du bist Level 10 geworden. Geht set dafür. Stahl ist scharf. Brrrr. Stahl schmeckt nicht zu scharf wie Kostteufel. Das Haut. Die Haut muss glatt bleiben. Ich. Immer in Puderzucker gepudert, der Gute. What the fuck? Wie süß. Worüber redet ihr da? So, das ist jetzt die andere Brücke. Wow, was ist das? Okay. Ist das ein Flammen? Hä? Was war das denn? Okay. Ich habe keine Ahnung. Vor allem ist das auch nicht Süden, ne? Hä? Hä? Vincent Discober Pride über Belena Issa. Zeig, please nochmal. Rätsel, ich habe es nicht mitbekommen. Okay. My friend, I will show you. Also, auf dem Palast, in dem die Bourbon-Tochter lebte, was ja eigentlich nur der Palais des Bourbons sein, trifft sich die Versammlung auf einer Brücke. Die Versammlung trifft sich auf einer Brücke, die nach Süden blickt. Ich habe eine Vermutung. Wir müssen nochmal reporten jetzt einmal, weil das, glaube ich, schneller geht. Nur diesmal danke. Ich bekomme grundsätzlich nichts mit. Wie bitte? Du hörst mir nicht zu? Warum seid ihr alle so gemein zu mir? Ich gucke jetzt mein Handy an. Bissar ist der Palais? Und hier ist eine Brücke. Hier sind ganz viele Brücken. Also, hypothetische Brücken. Brücken, die vielleicht nach Süden blicken. Seit wann gibt es das, das mit den Bettlern Geld geben? Das verstehe ich nicht. Spoiler! Damit ist natürlich... Halt, stopp! Ich habe das schon. Ich habe nur das mit dem nur Spoiler gelesen. Aber, was ist da? Ha! Nur diesmal, Dark, ich bekomme grundsätzlich nichts. Damit ist natürlich der Palais, wo man im Westen gemeint klettert, einem südlichen Ausgang aus Dark. Das ist so, wie über eine Bank das nächste Rätsel auferlegt bekommt. Tja, gefunden. Keine Sorge, Isa. Ich denke, ich habe dir erstmal genug Support gegeben. Ja. Er hatte ein bisschen Angst jetzt schon. Aber, Emma, Isa, was sagst du noch gerade? Keine Ahnung. Wie eine Brücke bei dem Bewong-Ding. Und ganz arm und reich erliegen dem Rat der Zeit. Reist gegen Süden und überquert das Wasser des Flusses Styx. Aber hier ist doch gar kein Fluss mehr. Entschuldigung. 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 Entschuldigung.